Mein Vater hat früher in seinen jungen Jahren auch Handball gespielt und hat mich dann, als ich kleiner war, auch da hingeschickt, so zwölf, dreizehn Jahre alt glaube. Und dann hat mir das Spaß gemacht, dann bin ich halt dabei geblieben. Ja, das war eigentlich die Idee von meinem Trainer Sebastian. Ich bin damals ins Tor gegangen, als wir kein Torhüter beim Training hatten und das sah wohl gar nicht so schlecht aus, hat er mir damals gesagt. Gestimmt hat es nicht, aber mittlerweile geht das halbwegs. Ja, also als ich angefangen habe im Tor, hatte ich einen Torwarttrainer, Dominik Rasche. Der hat mir dann alles beigebracht, wie das zu funktionieren hat. Und mittlerweile ist mein Torwarttrainer Konrad Riechers und ja, macht Spaß mit den beiden. Mein Vorbild, das ist Carsten Dichtlein. Passt von der Statur auch ähnlich zu mir, also von daher ist ein super Torwart, das passt. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein gutes Vorbild. Sebastian hat bei uns immer gut gemacht und da habe ich gedacht, ja, hört sich ganz gut an, könnte man mal probieren. Und dann habe ich halt Christian Pohl gefragt mit erzählen, ob ich da mal mit einsteigen könnte. Der fand das auch direkt super und dann habe ich einfach angefangen da. Ja, ich bin ja Torwarttrainer und da habe ich selber schon Erfahrungen mit. Und man sieht einfach direkt, wenn man ernsthaft mit Leuten arbeitet, dass dann wirklich Fortschritte zu sehen sind. Und das finde ich einfach immer schön. Beim ETSV hast du. Dann geht's mal. Ich bin ja Torwartっlang. Dann gehen wir. Dön geht's! Dann geht's, zäh! Dann geht's weiter auf dem ethic. Dann kann man mitbli делать die Felgen. Dann geht's weiter risдерж waktu. Dann geht's wieder das, denn drum geht losindens. Vielen Dank.